Musik Hallo, ich zeige euch jetzt, wie es in unserem neuen Außenbereich beim Galaxy Relax aussieht. Auf den schönen weißen Liegen konnte man schon bei den ersten warmen Sommertagen entspannen. Ich bin die Königin der Welt. Auf unserem coolen Spielschiff können die Kinder sich jetzt so richtig austoben. So, das war es auch schon von unserem neuen Außenbereich beim Galaxy Relax, dem Galaxy Garden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!